hallo herzlich willkommen ich bin der saptex wookie und nostalgie pur hier borderland 2 auf der xbox 360 ich behalte meine xbox 360 allein schon deswegen wegen diesem spiel das ist immer noch ab und zu mal spielen kann ich kann es zwar auf der 360 auf der one ausspielen aber das spiel ist einfach gigantisch also ich hatte so viel spaß in fast keinem spiel wie in diesen und ich glaube ich habe fast 400 spiele 450 spiele 460 spiele irgend sowas aber keins hat mir so viel spaß gemacht wie diese spieler kann sich mancher shooter eine scheibe davon abschneiden einfach nur gigantisch ja mir hat sehr viel spaß gemacht borderland 2 gigantisch